Wir sind hier im 4Elements der Idanova, dem größten 4Elements in unserer Flotte. Mit dem Klettergarten viel Bereich zum entspannen, aber dann auch den Wasserrutschen und anderen Whirlpools und Wassererlebnis und dann auch der Kids Club und dahinter der Teens Club, wo wirklich alle Altersklassen etwas geboten bekommen. Und das ist ja so ein bisschen das Schöne auf Idanova. Denn wenn man mit der ganzen Familie mit mehreren Generationen Urlaub macht, dann möchte man sich ja auch nicht den ganzen Tag sehen, wenn man ehrlich ist. Und ja, jeder kann etwas alleine machen, jeder hat etwas für seine Interessen, aber trotzdem kann man sich dann abends zusammen zum Essen treffen und dort mit der ganzen Familie zusammen sein. Und ich glaube, das ist eins der ganz großen Vorteile hier auf Idanova für einen Familienurlaub. Bis zum nächsten Mal.